Ihr kennt das ja sicher, es passiert immer genau nachts und es passiert auch immer zum schlechtesten Zeitpunkt. Es piepst im Haus und da raucht man erst mal wieder leer. Ja, toll. Je nachdem wie viele von den Dingern habt, kommt natürlich dann die tolle Aktion, dass man auf irgendwelche Stühle steigt und dann diese Batterien wechselt oder sie nur raus macht. Haben wir glaube ich alle schon mal getan. Deswegen habe ich jetzt, bevor mein jährlichen Wechselzyklus, mal angefangen, diese Dinge hier anzugucken, diese neuen Volt-Blocks einmal durchzutesten. Also ich habe ein paar von denen jetzt hier nur stellvertretend in der Hand. Sechs Stück davon. Ich nehme euch mal gespend mit in Lightroom. Die sechs Batterien habe ich mir mal angeguckt und durchgemessen, um mal zu gucken, wie ist denn so die Kosten-Nutzen-Rechnung bei den Teilchen. Warum habe ich jetzt genau die ausgewählt? Gleich mal. Danke für die Frage. Und zwar ging es ein bisschen nach Neugier und Verfügbarkeit. Die Amazon Basics, weil sie für jeden wahrscheinlich leicht verfügbar ist. Hier die Active Energy ist die Aldi-Variante. Die Vata High Energy, ehrlich gesagt, war Zufall, wurde mir vorgeschlagen. Die Aerocell ist die Lidl-Variante. Dann eben diese beiden Duracells als Vertreter der hochpreisigen Kategorie. Und auch mit Absicht hier zwei unterschiedliche, und zwar die Plus-Power und die Ultra-Power. Also hier soweit das zur Auswahl. Zweite Sache, wie und was wurde getestet. Ich nehme euch hier mal mit zu meinem Blog-Post. Den mache ich nämlich gerade fertig und nicht dadurch stören lassen, dass das Ganze noch ein bisschen provisorisch ausschaut. Hier ist der Messaufbau. Da hängt jetzt stellvertretend natürlich nur eine Batterie drin. Das ist klar. Hängt an meinen geliebten zwei Multimetern. Ihr kennt ja die O-Bones inzwischen von meiner Mozzerei. Wir entladen mit einem Strom von etwa 20 mA die Konstantstrom- Quelle, die, danke Stefan, mir, was Stefan zusammengebastelt hat, weil ich gerade keine Zeit dafür gehabt habe, ist sehr konstant über die Spannung hinweg. Also wir haben eigentlich keine Abweichung mehr feststellen können. Also wir können mit ungefähr 19,8 mA rechnen. Die werden nachher aufgezeichnet von dem Tablett. Die Kurve, da ist ein bisschen Quatsch. Das dürft ihr jetzt nicht ernst nehmen. Und die wird dann in ein Excel-Shit exportiert. Und dann wird da lustig gerechnet. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Gleich noch ein paar Disclaimer, davor. Das Ganze ist ein Modell. Also diese 20 mA ist eine relativ niedrige Entladung. Und das Ganze dient als Modell für einen Verbrauch mit relativ niedrigem Strom. Kommt aber natürlich nicht hundertprozentig an den Rauchmelder ran. Das ist klar, weil die Messerei muss ja irgendwann fertig sein. Und wenn ihr ausrechnet, wie lange man braucht, um mit 20 mA so eine Batterie mit 400 mAh zu entladen, dann kommt er über 24 Stunden raus. Das ist bei 6 Zellen ist man eine Weile beschäftigt. Ihr müsst da einkalkulieren, dass man Fehler macht und einige Messungen wiederholt. Interessiert euch nicht, aber ich erzähle es euch trotzdem. Nun, wie bestimmen wir jetzt die Kenngrößen der Batterie? Ich hasse Milliampere Stunden. Diese Einheit ist zu nichts zu gebrauchen und ist der letzte Rotz. Ich weiß nicht, warum sie alle verwenden. Das einzige, was wichtig ist, ist die Energie, die aus dem Akku rauszieht oder aus der Batterie. Das ist jetzt relativ egal. Die Energie ist für alle Mathematiker die Fläche unter dieser Kurve. Die Kurve hier ist eben die Spannung, die die Batterie hat im Verlauf der Zeit. Und da der Strom konstant ist, haben wir eigentlich hier sogar die Leistung, die die Batterie abgibt im Verlauf der Zeit. Und für alle Klugscheißer, das Integral ist dann eben P von T nach dt und das ist dann die Energie. Je nachdem, wie gut euer Gerät ist, tutzelt das eure Batterie mehr oder weniger tief leer. Deswegen habe ich die Kurven bis 7 Volt und bis 6 Volt Entladespannung ausgemessen. Wir sehen auch schon nach 6 Volt hier, da ist auch nicht mehr viel. Also die Fläche hier unter dem Bereich, was ja die Energie ist zwischen 6 Volt und Batterie ganz leer, die ist relativ gering. Können wir vernachlässigen, die meisten Geräte werden da eh aufhören. Auch das ist natürlich eine Nährung. Your mileage will worry, wie der Amerikaner so schön sagt. Ja, ich sage euch jetzt gleich das Ergebnis von der ganzen Sache. Ja, das ist ein bisschen so vom Spannungsaufbau vielleicht ein bisschen schlecht, aber ich liefere euch dann trotzdem noch so ein bisschen einen Hint, was kommen könnte. Denn ich habe die Batterie noch zerlegt, das ist eine ziemliche Sauerei. Könnte euch interessieren, ich erzähle es euch auf jeden Fall. Und dann werde ich mich noch kurz damit beschäftigen, wie das dann ist mit Serienstreuungen. Warum habe ich nur einen Typ vermessen? Oder habe ich vielleicht doch noch mehr vermessen? Gucken wir mal. Aber jetzt erst einmal zum Ergebnis. Hier in dieser Tabelle seht ihr die Batterietypen, bis zu welcher Spannung sie entladen wurden und welche Energie dann rauskommt. Also nur ein Beispiel, die erste Zeile Amazon Basics. Wenn euer Gerät sie bis 7 Volt entlädt, hat es 3,81 Wattstunden rausgenommen bei 6 Volt. Also wenn es tiefer entlädt, bis 4,34 Wattstunden. Die Amazon Basics kostet 1,25 Euro. Das heißt, ihr zahlt 0,33 Euro für jede Wattstunde, die ihr dem Gerät entnimmt bei 7 Volt und 0,29 bei 6 Volt. Ist eigentlich scheißegal. Hier folgen alle anderen als Beispiel und die grünen Werte sind natürlich die guten, die niedrigsten. Das ist die Zelle von Lidl und Aldi. Die Amazon Basics ist deutlich teurer, aber sie kann euch ungefähr 10% mehr Leistung bieten. Und das könnte jetzt der Unterschied sein, ob ihr alle Jahre oder alle 14 Monate zum Beispiel wechseln müsst. Das kann einen Unterschied machen. Das könnt ihr euch selbst überlegen. Übrigens natürlich, der Blogpost hier ist in voller Länge in der Infobox hinterlegt. Schaut da mal rein. Da könnt ihr auch dann die ganzen Bilder, wo ich jetzt ein bisschen schnell drüber gehe, rein vergrößern. Wenn ihr auf die Bilder klickt, werden sie größer. Es war eine Sackmenge Arbeit. Guckt es euch an, wenn ihr Spaß daran habt. Vergesst da nicht die Affiliate-Links, aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Ja, in dieser Tabelle kommt jetzt für mich raus, das ist meine persönliche Meinung, Lidl und Aldi, sehr gut. Amazon Basics kann durchaus eine Überlegung sein. Ich persönlich bevorzuge die Lidl-Variante. Dazu kommen wir dann später nochmal. Die Vata ist so mittelmäßig und die Duracell sind bei dieser Entladekurve eigentlich eher ungeeignet bei diesem Entlademodell. Wenn ihr mal Spaß habt, schaut mal auf der Duracell-Homepage nach. Da gibt es sehr gute PDFs, die auch das Entladeverhalten beschreiben der Zellen. Und da könnt ihr euch dann, wenn ihr höhere Ströme zum Entladen braucht, wenn ihr also anderes Verhalten habt, könnt ihr euch die passende Duracell dazu raussuchen. Nein, die Sendung hier wird nicht gesponsert von irgendeinem von diesen Kasperl, sonst wären die Duracells wahrscheinlich auch nicht rot. Gell? Ja. Gut. Also, wir fassen zusammen, kauft die Batterien bei Lidl vielleicht. Oh, jetzt nicht laut gesagt. Ja, und jetzt habe ich natürlich die ganzen Dinge mal aufgesädelt. Schöne Sauerei. Macht das nicht zu Hause. Und Kinder, wenn ihr zuguckt, macht es gar nicht. Und wenn ihr es doch macht, sagt es bloß nicht euren Eltern. Ja, hier links die Amazon Basics. Und man erkennt schon auf den ersten Blick, hier ist eine gewisse Gruppierung. Die Amazon Basics bestehen aus Einzelzellen und die Duracell Ultrapower besteht auch aus Einzelzellen. Und wenn ihr jetzt gerade beim Video hier über diesen Teil, wenn ich jetzt drüber skippt, werdet ihr wahrscheinlich den Eindruck hinterlassen haben, werde ich wahrscheinlich den Eindruck hinterlassen haben, mein Deutsch ist heute ein bisschen schlecht, es ist schon spät und der Blog muss Spaß fertig werden. Dann werdet ihr wahrscheinlich denken, oh, die sind sicher aus derselben Fabrik und die auch. Gucken wir mal aber genau hin. Das sind die Amazon Basics und der Aufdruck hier ist ein silbernes Plus oder halt eben ein invertiertes Plus. Die Duracell haben ein normales Plus. Und auch noch eine andere Aufschrift, das seht ihr dann in den vergrößerten Aufnahmen. Also, man kann natürlich nichts ausschließen, aber unter der Hülle ist nicht die gleiche Chemie. Bei diesen Zellen hier, da muss man ein bisschen genauer angucken. Das ist eine andere Anordnung. Ich vergesse es auch immer, die ist glaube ich 6LR61 oder wie die heißt und die heißt, steht in meinem Blogpost. Ist mir jetzt auch wirklich zu blöd, mir das zu merken. Schauen wir uns die mal etwas vergrößert an. Wenn ihr nämlich jetzt hier zum Beispiel die Unterseite anguckt, dann kann man schon auf Ideen kommen. Also ich behaupte mal, hier diese Schweißpunkte sind identisch, die Materialien sind identisch, was heißt identisch? Sie sind sehr auffallend ähnlich, auch wenn man die Oberseite anguckt, bis zu den Batteriekontakten einschließlich. Auch die sind für mich optisch gleich. So, wie war das? Wenn es quakt wie eine Ente, wenn es läuft wie eine Ente und wenn es aussieht wie eine Ente, ist es vielleicht doch keine Ente. Denn das Einzige, was wir jetzt hier sicher sagen können oder mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ist, dass alle Batteriehersteller eine sehr ähnliche Maschine und nahezu identische Materialien für ihre Außenhülle, sag ich mal, verwenden. Das heißt aber nicht, dass die Chemie da drin gleich ist. Es kann dann sein, dass es so einen universalen Querbaukasten an Batterien gibt, der eben aus diesen Metallteilen und diesen Kunststoffteilen, die so schön aufeinander gesteckt werden, besteht. Das kann schon sein. Keine Ahnung. Wenn man diese Dinge hier weiter öffnet, diese Zellen, das seht ihr jetzt hier, dann seht ihr hier, dass die Ähnlichkeit weitergeht. Das ist das Elektrodenmaterial. Und da möchte ich nochmal groß rein vergrößern, daher kommt auch das rein vergrößern, weil das ist halt nachher alles groß. Wenn ihr so eine Wanne aufmacht, dann seht ihr hier so die Elektrode. Das ist eben der Metallteil. Das ist die... Oh Mann, jetzt habe ich nicht mehr aufpasst. Ich weiß nicht mehr, Plus oder Minus. Halt! Nee, ich weiß es nicht. Scheiße. Egal. Das ist eine Elektrode. Das ist der Braunstein. Das ist die andere Elektrode. Hier ist der Separator. Und hier dieser Bartz da. Das ist die andere Elektrode. Dazwischen ist eine... Also der Elektrode ist dann alkalisch, weil darum heißen sie auch alkalische Zellen. Und jetzt geht mir gerade wieder um die restliche Chemieflöten, die mir jetzt gesagt hat, welche Elektrode ist mit Elektronegativität und so weiter. Kann man sich das herhalten? Ich bin jetzt echt zu faul, Wikipedia aufzumachen. Das ist eure Fleißaufgabe. Oder schreibt es in die Kommentare zu dem Video. Ja. So. Jetzt haben wir die Zellen aufgemacht. Und ihr habt euch gemerkt, nur weil es gleich aussieht, muss nicht das gleiche drin sein. Aber natürlich wird uns am Ende des Tages die Vergleichsmessung zeigen, ob sie gleich sind. Schauen wir uns jetzt hier mal die Vergleichsmessung an. Also alle Kurven übereinander. Nach oben ist die Zellenspannung. Nach unten die Zeit, Minuten. Da sind wir wieder ungefähr bei diesen zwischen 20, 20 Stunden... 24 Stunden sind hier. Man sieht gleich oben diese beiden blauen. Diese Dura-Zell, also die hellblaue und die Amazon Basics. Die fallen raus. Und jetzt könnt, wer gut aufgepasst hat, dem können sich da so an was erinnern. Hier haben wir die Dura-Zell Ultra Power und die Amazon Basics. Das ist dieselbe Hardware-Konfiguration. Dieselbe Hardware-Konfiguration. Die besteht aus Einzelrundzellen. Während alle anderen aus diesen Stacked-Zellen bestehen. Die scheinen hier... Kann nicht Zufall sein, je nach Streuung. Da kommen wir dann später dazu. In dem Fall ist es halt einfach... Jetzt mal eine Besonderheit. Wenn jemand Zeit hat, messt es mal viele Zellen aus. Würde mich interessieren, ob das sich gleich verhält. Die Aldi-Variante haut hier ein bisschen nach unten ab. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Alle anderen befinden sich so im Mittelfeld. Und auch die Lidl-Variante, die endet hier irgendwo so im Mittelfeld. Bitte beachten, wir enden hier bei 6 Volt. Ja. Jetzt werdet ihr natürlich berechtigterweise fragen, ja, wie ist es mit der Serienstreuung? Ist die Aldi-Variante nur einfach ein schlechtes Beispiel von dem Ganzen? Nun, ich habe natürlich diese Frage mir auch gestellt und bin dann nochmal losgefahren und habe einige Wochen später, weil die Messung zieht sich jetzt schon über 2 oder 3 Wochen hin, nochmal eine gekauft. Die Werte, die rauskommen, wenn man die Kurven außer 8 lässt, die Werte sind sehr identisch. Die weichen, ähm, Moment, äh, von 397 auf 400 Milliampere Stunden. Ah, ich habe gesagt, wir rechnen bloß in Wattstunden. Von den Wattstunden auf 3, von 3,10 auf 3,08 und von 3,9 auf 3,93. Also sind mathematisch quasi identisch, identisch, identisch. Und jetzt hat mein Handy geblinkt, okay. Ähm, und wenn man sich jetzt hier den Spannungsverlauf anschaut, hier wieder reingezoomt zwischen 10 und 6 Volt, dann fangen sie eigentlich erst an, ab so 7 Volt dann mal auseinander, deutlich auseinander zu laufen. Naja, von mir ist das 7,5. Bringt mich dazu zu behaupten, dass die Serienstreuung vorhanden ist, nicht riesig ist bei diesen zwei. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, das Ganze deutet für mich nicht darauf hin, dass, äh, die Messung einen systematischen großen Fehler hat und dass es sich lohnt jetzt von jedem 10 zu untersuchen. Sie bewegen sich alle ungefähr in diesem Bereich. Und für diese Anordnung und für diesen Einsatz könnt ihr euch das mit den, ähm, könnt ihr euch hier bedienen an dieser Preisstaffel. Wir werden in einem späteren Video nochmal auf die ganze Entladeschaltung eingehen. Äh, Geldstefan, da machen wir noch was, ne. Schauen wir doch mal. Da ist noch ein bisschen was in Planung. Vielleicht planen wir oder ich oder wer auch immer gerade Zeit hat, nochmal eine Entladung mit höheren Strömen. Ich komme jetzt mal kurz zum Werbeblock, weil ihr seht ja auch, ne, hier dieses ganze Equipment-Scheiß-Track da. Und ihr wisst ja, dass ich mit den OWUNs nicht wirklich zufrieden bin. Da muss man eine andere Lösung her. Die Batterien selber sind natürlich auch im Eimer, ne. Keiner kann behaupten, dass ich mit denen noch irgendwas anfangen könnte. Wo sind sie? Ja, unter diesem Video sind die Amazon Affiliate Links, die hier auch in dem Blogpost unten dran sind. Wenn ihr auf diese Links geklickt habt, dann wird es nicht für euch teurer. Ich kriege halt ein paar Prozent davon nachher irgendwo als Amazon Gutscheine gutgeschrieben und kauft da wieder so scheiß Batterien und so Gedöns. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ich kaufe eh die Lidl-Batterien, weil der Depp das so gesagt hat. Ihr könnt auch, wenn ihr das nächste Mal irgendwie eure Unterhosen oder was weiß ich oder eure Vibratoren oder, habe ich das jetzt laut gesagt? Scheiße. Wenn ihr das bei Amazon kauft, erst auf einen von diesen Affiliate Links klicken, also auf irgendeine von diesen doofen Batterien da, und dann was anderes kaufen. Dann geht diese Session des Einkaufs, wird mir dann zugerechnet. Das wäre ganz pfundig, das machen auch viele, das lohnt sich auch. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine Rubrik lustige Amazon-Einkäufe. Da waren schon manchmal ein paar Sachen dabei. Jungs, 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 das war nicht ganz jugendfrei, was ihr da gekauft habt, gell? Wollt ihr ja bloß gesagt haben. Ja, ich denke, wir lassen das jetzt für heute. Es sind jetzt schon wieder 16, 17 Minuten. Das Video wird relativ wenig geschnitten, beschwert es euch jetzt nicht so arg, gell? Weil diese Doppelbelastung ist schon ein bisschen eine Sache, gell? Aber dafür habt ihr ja zwischendrin, das habt ihr ja sicher gemerkt, waren zwischendrin jetzt auch einige Videos, die waren ein bisschen kürzer und ein bisschen einfacher für mich zu machen. Ja, ich weiß, das interessiert euch nicht, aber ich labere euch einfach mal voll. Wir sehen uns vielleicht das nächste Mal dann. Ja, Servus!